Okay, der Vortrag, der jetzt kommt, ist auf Deutsch gehalten, deswegen habe ich jetzt auf Deutsch wieder umgeswitcht. Es geht um Politik Hacken. Angekündigt waren drei Speaker, es sind jetzt leider nur zwei hier. Und zwar Alexander Müller und Monserrat Graupenschläger. Es wird im Anschluss an den Talk ein Q&A geben, ungefähr zehn Minuten. Das wird aber dann auch nochmal angekündigt. Bitte. Ja, herzlich willkommen. Politik Hacken der Titel. Alexander Müller bin ich, Monserrat Graupenschläger ist meine freundliche Assistentin. Wir beschäftigen uns seit Längerem in Theorie, jetzt hast du da Praxis hingeschrieben, in der Theorie mit Kommunikationsgerilla, Mediengerilla und Möglichkeiten unkonventioneller politischer Intervention. Und das hat uns dazu geführt, hier einen Vortrag zu halten mit dem Titel Politik Hacken. Und wie sich das für einen ordentlichen Vortrag gehört, definieren wir unsere Begriffe. Also was ist Politik? Oh, okay. Politik, das Treffen kollektiv verbindlicher Entscheidungen. Und was fällt einem so als erstes ein, wenn man an politische Veränderungen denkt? Also im klassischen Sinne fällt einem da ein, so wählen gehen. Das dauert nicht lange, das ist ein großer Vorteil davon, aber der Wirkungsnachweis fehlt nach wie vor und weil die da oben ja eh machen, was sie wollen, kann man auch selber in die Politik gehen, entweder allein oder dann auch so in der Gruppe vielleicht mal und dann landet man irgendwann im Zentrum der Macht. Und wer irgendwie an Macht weniger interessiert ist und stattdessen nur so ein bestimmtes Thema hat, das ihm am Herzen liegt, der kann dann zum Beispiel Unterschriften sammeln. Das geht auch online. Bedeutet aber immer, dass man sehr viele Leute mobilisieren muss und dabei unklar bleibt, ob es denn was bringt auch. Und so diese Leute zu sammeln, das ist häufig mühselige Kleinarbeit. Und manchmal hat man eben auch nicht das ganze Volk hinter sich. Wenn man aber dann irgendwie meint, genug Menschen zusammen zu haben, dann kann man auch eine Demo machen. Der Vorteil, man muss sich dann auch nicht immer um alle Themen kümmern, sondern kann sich da spezialisieren auf die Dinge, die einem am Herzen liegen. Viele von euch kennen das vielleicht. Ja, hier haben wir eine größere Demonstration, wo vielleicht einige von euch auch schon mal daran teilgenommen haben. Problem bei diesen Demonstrationen ist so ein bisschen, wer bei dieser Demonstration war, kennt das. Man kriegt auch gerne mal einen aufs Maul. Das kann auch ins Auge gehen. Ja, bei solchen Bildern kommt Zorn auf. Und viele machen diesem Zorn auch mal Luft. In einigen keimt dann sogar auch mal der Wunsch zur Gegenwehr. Einige geben diesem Wunsch auch mal nach. Ja, einige nehmen das dann auch richtig ernst. Aber die sind teilweise auch gut gelaunt. Problem bei solchen Maßnahmen ist, die Bilder, die dabei entstehen. Die sehen beeindruckend aus. Aber wie man dann am nächsten Tag in der Zeitung lesen kann, tut man seiner Sache damit nicht wirklich einen Gefallen. Deswegen, die wenigen erfolgreichen Demonstrationen lehren uns, man braucht verdammt viele Menschen. Und man muss unglaublich gut organisiert und breit aufgestellt sein. Und das geht halt nicht immer, dass man den Tag hier Platz voll kriegt. Und deswegen kann man eigentlich zusammenfassend nochmal sagen, also diese klassischen Sachen, wie kann man da Einfluss nehmen, das geht durch mitmachen, protestieren oder sich wehren. Das sind also die klassischen Möglichkeiten. Und jetzt wollen wir sagen, hacken. Wie kann man da hacken irgendwie in diesem System? Hacken definieren wir als das Finden und Anwenden einer einfachen Lösung für eine komplexe Aufgabe. Wichtig ist hier, dass das einfach ist und mit wenig Aufwand geschieht. Und welcher Methoden man sich da in der Politik bedienen kann, darüber soll dieser Vortrag gehen. Methoden sind dabei so die häufig ähnlich, wie die bei klassischer politischer oder PR-Arbeit. Hacken kann auch jeder. Also es ist auch, wer nicht die Absicht hegt, Politik zu hacken, sollte sich vielleicht über die Methoden bewusst sein. Meistens erkennt man den politischen Hacker daran, wie auch den richtigen Hacker, dass er relativ unterschwellig arbeitet und mit viel Humor. Aber die anderen arbeiten eher weniger so. Gut, für einen erfolgreichen Hack muss man aber das Zielsystem verstanden haben. Das ist in unserem Fall ein bisschen komplexer. Ja, also das ist ein vereinfachtes politisches Modell westlicher Demokratien. Und es gibt dort verschiedene Player und Systeme, die miteinander verbunden sind. Also man könnte bei diesen ganzen Subsystemen auch wieder Pfeile untereinander machen. Also wir haben jetzt nicht alle überall Pfeile gemacht, sonst könnte man nichts mehr erkennen. Die öffentliche Meinung ist so eine Art Firewall, die Angriffe abwehren kann in der öffentlichen Diskussion und in der Meinungsbildung. Das funktioniert aber nicht immer, weswegen wir zum Beispiel die Medien- und Interessengruppen auch so überlappend nach außen gemacht haben. Und wir wollen jetzt gucken, dass an jedem dieser Punkte oder auch Pfeile kann ich einen Angriff starten oder einen politischen Hack. Also meine Angriffsvektoren sind, ich kann an jedem dieser Subsysteme ansetzen und loslegen. Also wenn man sich das aber so anschaut, ich meine die erste Frage, die man sich da stellt, warum soll ich jetzt überhaupt an jedem dieser Punkte anlegen und nicht einfach, also warum soll ich diesen Umweg überhaupt machen und nicht einfach sagen, alles klar, da scheint doch der Punkt zu sein, wo der Hack funktioniert. Also warum soll ich mich da überhaupt mit dieser Firewall der öffentlichen Meinung rumärgern? Gut, das Problem bei Hacks in dieser Region da unten ist, dass sie per Definition illegal Rebellion, Revolution sind, weil sie ja nach der politischen Entscheidung stehen. Also ich setze mich quasi gegen etwas durch, was eigentlich schon passiert ist. Das Kind ist also auch schon in den Brunnen gefallen und deswegen halten wir es generell für sinnvoller, vorher einzugreifen. Aber wenn solche Hexen mal funktionieren, was schwierig und selten ist, dann häufig über Ländergrenzen hinaus, da haben wir also Telekomics zum Beispiel, die außerhalb des Zielsystems agiert haben. Als Revolution in Ägypten war, Mubarak irgendwie Internet abstellt, Telekomics setzt diesen Beschluss außer Kraft, indem sie woanders Modem-Einwahlpunkte anbieten, außerhalb dieses Landes. So hackt Telekomics ein anderes Land. Aber so ein Thema kann man auch direkt dann mehrfach spielen, wenn Telekomics sowas erstmal gemacht hat. Kann man damit auch Firmen und Player hierzulande unter Druck setzen, die, wie wir ja alle wissen, die Überwachungs- und Zensurtechnik dahin geliefert haben. Ja, also man kann es einfach dann hierher tragen und dann zum Beispiel Vodafone, die sofort die Netzabschaltung unterstützt haben in Ägypten, hier angreifen. Also hier machen sie die Werbung mit Freiheit und Redefreiheit und außer in Ägypten eben. Das kann ich auch auf andere Player des politischen Lebens, der allseits beliebte buntdeutscher Kriminalbeamter, der auch immer einen Reset-Knopf fürs Internet gefordert hat. Und ich kann eben eine politische Entscheidung aus einem anderen Land nutzen, um hier politische Player vorzuführen. Also man sollte immer daran denken, man kann einen Hack auf verschiedenen Ebenen auch spielen. Manchmal klappt es im Kleinen dann auch national, was zu hacken. Achso, da bin ich noch dran. Das ist ein sehr schöner Hack zur Vorratsdatenspeicherung. Das ist 2008, glaube ich, in Heidelberg. Haben die Aktivisten einen Briefkopf der Polizei genommen und haben das tausendfach als Hauswurf-Sendung verteilt. Und da warnt die Polizei dann vor der Vorratsdatenspeicherung und in dem Tenor, ja, wir können für die ihre Datensicherheit nicht garantieren, telefonieren Sie nur, wenn es absolut nötig ist. Die Methode dort ist, man spricht mit der Stimme, der Macht oder der Obrigkeit. Das funktioniert in Deutschland immer sehr gut. Wenn die Polizei was sagt, dann hat das einen Wert, um die Öffentlichkeit, also die Bevölkerung zum Nachdenken zu bringen. Das ist ein sehr klassischer Hack. Also Briefköpfe nehmen, der wurde auch schon in allen möglichen Facetten gespielt. Zum Beispiel, also gab es hier beim Reagan-Besuch 87 schon, hatte dann die Stadt aufgerufen, stellen Sie bitte Ihren Sperrmüll auf die Straße und das haben dann auch Leute gemacht. Soviel zum Thema direktes Hacken der Entscheidung. Vielleicht, was ich da noch zu sagen wollte, was an dem Ding so schön ist, die Polizei, also man schreibt so einen Brief mit schönen Argumenten, mit sinnvollen Argumenten von der Polizei. Die Polizei muss sich dann davon distanzieren. Also fällt Ihnen nicht schwer, aber es ist... So, als nächstes haben wir uns überlegt, wollen wir mal so die Parteikommunikation hacken. Also warum wollen wir eine Parteikommunikation hacken? So eine Partei als Player in diesem politischen System ist einerseits der öffentlichen Meinung unterworfen, weil sie ja von den Leuten gewählt werden will. Andererseits hat sie ja eigene Ziele, für die sie werben will und um die umzusetzen, braucht sie auch Macht. Also muss sie irgendwie die Öffentlichkeit hinter sich haben. Das kann sie irgendwie machen, indem sie bei Anne Will irgendwie Leute absetzt, die dann da irgendwas erzählen oder Wahlplakate macht. Und die erste Technik, die hier Hackern als so aus weiten Teilen bekannt sein dürfte, ist da das Defacement, das Verändern eines Werbeträgers. Das gibt es auch da draußen bei den Menschen, die sich an der Sonne aufhalten und da heißt das Adbusting. Genau, und Adbusting geht so. Also es ist auch eine alte Methode, man ändert den Code des Werbeträgers, indem man dann eine andere Message dort anbringt und da reicht dann oft ein Teppichmesser und ein bisschen Sprühfarbe und dann ist die VW-Werbung eine ganz andere Wirkung. Das klassische Adbusting richtet sich eigentlich nur an die Plakatöffentlichkeit, also die Leute, die daran vorbeifahren, vorbeilaufen und sich das anschauen. Das hat sich aber mittlerweile stark geändert, denn jeder hat irgendwie ein Handy dabei und kann das Abfotografieren ins Netz stellen und so wird die Öffentlichkeit dafür auch größer. Adbusting können sich gegen Firmen richten, aber eben auch gegen Politiker. Wie man hier sieht, es geht darum, eigentlich oft geht es darum, die Textfelder zu verändern, einen neuen Sinn entstehen zu lassen und bestenfalls ist die Veränderung dem Plakat nicht mehr anzusehen. Das sorgt dann für Irritation und Verwirrung beim Betrachter oder es wirkt aufklärend. Man macht die wahre Intention des Politikers klar. Ich kann aber auch einfach nur auf Verwirrung setzen oder sie lustig machen. Das Schöne daran ist, das kriegt man aus seinen Augen nicht mehr raus, aus dem Kopf, das sieht man jedes Mal, das macht man bei einem Plakat. Oder eben ungewollte Wahrheiten aussprechen. Jetzt war das lange Zeit limitiert auf dem Plakatstandort, aber sowas kann natürlich auch jetzt ins Netz geraten. Jeder erinnert sich an die CW Zukunft Kampagne und man kann sich jetzt so eine verunglückte Kampagne schnappen und dann einfach ein Tool ins Netz stellen und dann diese Sachen weiterentwickeln. Das gleiche ist auch Herrn Schäuble passiert. Das war ein regelrechter Wettbewerb auf Netzpolitik ausgerufen und dann ist jemand aufgetaucht, hat ein Tool programmiert, damit man das nicht mehr Photoshoppen musste, sondern einfach nur den Text ein. Also man kann da auch kollaborativ das Ganze richtig auf die Spitze treiben und wenn man sowas macht, sollte man immer auch an SEO denken. Ein bisschen Photoshop und sofort trieft das Blut auf dem Logo der Firma Trovicor, wenn ich dort google. Und das geht bei Trovicor, dieser Überwachungsfirma, aber bei BP eben auch. Also auch immer daran denken, die Skills in Suchmaschinenoptimierung gegen den politischen Gegner wenden, denn die kostet es, die Korrektur dieser ungewollten Ergebnisse, kostet Schweinegeld, die sie in zwielichtige Suchmaschinenoptimierer stecken müssen. Ja, als nächstes interessieren wir uns mal für Interessengruppen. Also Interessengruppen haben natürlich auch Einflussmöglichkeiten, so wie Bestechen und Erpressen. Das funktioniert aber immer nur in so einem kleinen Rahmen, weil wir haben ja immer noch unsere öffentliche Meinung als Firewall darüber. Und Beispiele sind so, ja, gucken wir uns die ganzen Kernkraftdebatten an oder so Mehrwertsteuer in Hotels. Ja, irgendwann meldet sich die öffentliche Meinung als Firewall dann doch. Und insofern kann man also versuchen, diese Kommunikation von Interessengruppen, die natürlich ihrerseits versuchen, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass sie möglichst günstig dastehen, zu hacken. Da gab es in Fukushima vergangenes Jahr eine Katastrophe. Ja, ist noch nicht so weit. In diesem Jahr eine Katastrophe, die allen bekannt sein dürfte, sehr tragisch. Und das Deutsche Atomforum als Lobbyverband der deutschen Kernenergie schaltet in solchen Fällen ja bekanntlichermaßen so auf Sicherheitsrhetorik und diffamiert die Sicherheitsstandards anderer Länder. Und da gab es also eine Aktivistengruppe, die genau diese Kommunikationsstrategie satirisch überspitzt hat, um so diesen Lobbyverband aus der Reserve zu locken. Und zwar haben sie das getan mit einem Fake-Twitter-Account. Die haben sich also am Original einfach den Twitter-Account des Deutschen Atomforums nachgebaut und haben dann da so Sprüche rausgehauen wie Wer von euch ohne Strom sein will, der schalte als erstes ab. Und naja, das Deutsche Atomforum, das war so ein kleiner Gag, hatte dann irgendwie seine 500 Follower auf Twitter, aber das Deutsche Atomforum lässt sowas natürlich nicht auf sich sitzen und kündigt sofort rechtliche Schritte an. Und ja gut, wir wissen alle, wenn Satire angegriffen wird, hat sie gewonnen. Es war sofort skandalisiert, weil in allen Medien, sie standen da als nicht nur Kernkraftbetreiber, sondern auch Zensoren und war also eine wunderschöne Sache. Aber insgesamt, solche Aktionen ist so ein bisschen Skript-Kiddy-Style. Man kann da wenig stolz drauf sein, weil den Effekt kennt jeder, es ist der Streisand-Effekt. Oh, der funktioniert. Aber viel schöner kann man natürlich so eine Interessengruppe hacken, wenn man ein Virus installiert und also ein Schadprogramm in dieser Gruppe installiert, was sich dort nach dem Einschleusen reproduziert. Und das haben in London die Space Hijackers sehr schön gemacht. Die sind in der City of London in Kneipen gegangen und haben betrunkene Banker zum Cricket herausgefordert. Cricket ist ja so ein Sport der Reichen und sie haben das dann genannt, Anarchisten gegen Kapitalisten und haben dann nachts eben betrunken in der City mit diesen Bankern da Cricket gespielt und haben auch einen Riesenspaß gehabt und dann kommt natürlich irgendwann die Polizei und sagt, könnt ihr nicht einfach Cricket spielen, hört auf, zeigt mal euren Ausweis und wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann gibt es Ärger und geht mal den Schläger. Und das Schöne ist, es entsteht dann, die Anarchisten sagen dann, ja, alles klar, wussten wir, haben wir eh mitgerechnet, aber die Banker, die betrunkenen Banker. Und so haben die Space Hijackers das Virus des Ungehorsams gesät. Kommen wir von den Interessengruppen zu den Politikern. Politiker haben in diesem System in viele Richtungen Einfluss, also vor allem bei der Entscheidungsfindung auch. Sie sind aber auch vor allem ein Symbol der öffentlichen Wahrnehmung, ja, für Partei, für Werte, für Positionen und solche Ziele bieten sich natürlich an für Impersonation Attacken. Attacken. Also mit Name und Stimme für diese Personen sprechen. Ja, das kann man für den islamophoben Innenminister machen. Das, einfach einen Account erstellen und dann twittert der, wird von Frau Schröder, heißt die noch Schröder? Ja. Sofort bestätigt, also hat man nicht nur den Friedrich, sondern auch gleich die Schröder gehackt. Diese Friedrich-Account ging nur ein paar Tage. Länger und bekannter ist der gute alte Guten, nicht Gutenberg, der Müntefering. Der Account hat mehr als ein Jahr existiert, also ich glaube, während der ganzen Amtszeit von Müntefering als SPD-Vorsitzender und immer wieder sind Medien drauf reingefallen und auch Parteimitglieder und eigentlich sind alle immer wieder drauf reingefallen, der wurde mehrfach enttarnt. Am Schluss ist es dem Account gelungen, sogar noch drei Stunden vor Müntefering eben den Rücktritt zu verkünden. Das hat bei Berliner Morgenpost und live auf NTV dazu geführt, dass man dies auch als Meldung bringt. Die Kunst von Impersonation-Attacken ist das Spiel mit der Echtheit und der Glaubwürdigkeit. Also man muss sich wirklich reindenken und ich habe mir sagen lassen von den Leuten, die den Münte gemacht haben, die haben noch wirklich am Schluss wie Müntefering gedacht. Also man muss sich, also oft hat man ja diese Twitter-Accounts, die so sofort erkennbar sind. Also man muss schon wirklich mit der Stimme und Sprache und dem Stil der Leute reden, um wirkungsvoll attackieren zu können. Ein anderes Beispiel, einer kleinen Impersonation-Attack aus diesem Jahr, also das geht nicht nur mit Politikern selbst, sondern auch mit Firmen, ist die Firma Digitask, allen bekannt als Staatstrojaner-Firma. Dieser Account hat dazu geführt, dass sie dann auf ihrer Seite, wir twittern nicht, wir haben mit Facebook nichts am Hut und so schreiben, aber auch Digitask ist dann in die große Falle getappt und hat eine Abmahnung an die hedonistische Internationale geschickt, was dann wieder mal erwartungsgemäß Streisand auslöst. Aber das Schönste daran war an dieser Abmahnung, dass der Anwalt der Firma der auf einmal zugibt, dass der Trojaner auch in Österreich eingesetzt wird und die dann zugeben mussten, dass es so war. Also die österreichische Politik, also... So bekam dieser kleine Spaß dann auch noch eine größere politische Dimension. Impersonation-Attacken gehen nicht nur auf Twitter, sondern auch auf der Straße. Das ist die Redaktion der Titanic. Die sind irgendwie 2003 als Ministerpräsidenten-Kandidaten der SPD verkleidet auf Hausbesuchs-Wahlkampf gegangen und wurden nie enttarnt. Also jeder, der als er gar nicht sagt, ich bin ihr SPD-Spitzenkandidat, hat Streichhölz-Schachtelchen und so verteilt und niemand merkt, dass es nicht der echte ist, was natürlich für den SPD- Ministerpräsidenten-Kandidaten spricht oder irgendwie... Genug der Impersonation-Attacken. Man kann auch Denial of Service fahren und zwar analog. Wie das vor ein paar Tagen bei dem NPD-Ratsherr in Oldenburg passiert ist. Kommen wir zu einem Politiker, der dieses Jahr auch Opfer von Hacker-Attacken war. Wir alle kennen und lieben ihn wegen seiner Position für Netzsperren, Vorratsdatenspeicherung. Seine Frau hat uns großartig auf RTL 2 unterhalten mit der Sendung Tatort Internet und hat viele Menschen beeindruckt, weil er immer sehr betont gesprochen hat. Deswegen hielt man ihn für besonders schlau. Er war ein ziemlich guter Hacker und das fordert natürlich dann auch andere Hacker heraus. Die Ersten haben sich dann einfach mal seine Doktorarbeit angeschaut und was er dann machte als alter Kommunikationsstratege, sagte, tja, also, das ist ja absurd. Und das funktionierte. Die Zeitungen drucken seine mehr von versehentlich und vielleicht mal ein Zitat, statt einfach mal die Beweise zu liefern. Das macht heute noch Giovanni di Lorenzo, Monate später. Außerhalb des Netzes gab es immer wenig Empörung, weil es keine Aufklärung gab, sondern nur Boulevard. Jeder schreibt mal ab, war dann so das Argument der bildungsfernen Schichten und die sind ja nun mal auch die Hauptzielgruppe Gutenbergs. Ähnlich verfährt übrigens auch Wulf, wo die Leute heute sagen, ja, wieso, der kann sich doch Geld leihen. Ja, er müsste halt dann nur auch zugeben. Was Gutenberg da gemacht hat, nennt sich Salami-Taktik. Durch minimal notwendige Zugeständnisse den Gegner zermürben, immer nur so viel zugeben, wie sich nicht mehr leugnen lässt. Das ermüdet den Vorwurf und die Empörung. Also dieses Thema soll den Leuten auf den Geist gehen, der Sachverhalt zu komplex werden, die Leute sollen irgendwie den Überblick verlieren, das geht irgendwie vom Hundertsten ins Tausendeste und jetzt hat der noch was gesagt und die sagen aber das und der Anwender kann sich dann irgendwann nach ein, zwei Wochen zurücklehnen und sagen, ja, das ist ja hier eine Hexenjagd. Kleinlichkeit, ich bin hilflos und das trifft für Unbeteiligte dann tatsächlich deren Empfinden, weil die wollen wieder was anders in der Zeitung lesen. Ist also eine sehr gute Taktik und die Frage ist, wie kann man sich dagegen wehren? Indem ich andere Bilder liefere und mit einer Demo zum Beispiel. Es gab dann diese Demonstration und die hat die Debatte auf die Straße getragen beziehungsweise direkt vor das Verteidigungsministerium und da ist ein Video dahinter, oder? Das ist also noch vor seinem Rücktritt, ja? Und eben mit den Schuhen auf dem Zaun und so und das hat neue Bilder reingebracht in die Debatte und diese Symbolik der Schuhe. Das geht dann um Bilder schaffen, muss gegen Bilder, gegen Salami-Taktik müssen Bilder geschaffen werden. Man beachte die Schuhe. Das Ganze hat er dann auch seinen Erfolg und ein paar Tage später ist der gute Herr zurückgetreten, auch wegen der Medienhetze. Und ihr erinnert euch, genau das passierte ja dann auch, genau dieses Facebook-Kabin-Spiel mit utopischen Zuwachszahlen und wurde dann gefordert, wir wollen Gutenberg zurück, eine halbe Million Menschen saß dann da und dann haben die Demos angekündigt in 20 verschiedenen Städten und wir sahen es schon vor uns. Was war also die Situation für den politischen Hacker? Die Anstandsnummer war irgendwie vorbei. Er war zurückgetreten, man hatte einen Etappensieg erlangt, aber es bestand genau diese große Comeback-Gefahr. Und was ist in so einer Situation zu tun? Ja, man muss nachtreten. Ja, ja, aber das ist klar. Aber man muss auch seine Taktik wechseln. Ja, und zwar jetzt nicht mehr auf die Personen, sondern auf die Sympathisanten. Denn die Sympathisanten übernehmen ja gerade die öffentliche Meinung, das, was wir als Firewall über unserem ganzen System haben. Sie ist zwar wirkungsfrei, diese Firewall, und hat ihre Lücken, aber wir wollen sie trotzdem da behalten, weil wenn wir sie nicht haben, haben wir sowieso verloren. Und da kam dann also die Monarcho-Hedonistische Front ins Spiel, die spontan die Initiative Pro Gutenberg gründete. Ja, und einen Teilnahmeaufruf postete und sagte, kommt hier zu diesen Demonstrationen, wir rufen so Teilnahme auf und wir wollen endlich Monarchie, jetzt oder nie. Und die Copy-und-Paste-Kommunisten schlossen sich auch an. Und die Monarcho-Hedonistische Front, so wurde uns berichtet, befand sich dann schon in den Vorbereitungen für die Demonstrationen, als auf einmal der Schreck kam, die Demo war gar nicht angemeldet. Ja gut, ihr kennt das ja, alles muss man selber machen. Also hat dann jemand bei der Polizei, bei der Versammlungsbehörde angerufen, hat diese Demo eben angemeldet, meine Güte, und erwähnte dann beiläufig, dass man irgendwie so, ja auch genug Ordner hätte und Kundgebung und so weiter. Und die Polizei nahm das dann so entgegen und sagte, ja wunderbar, weil hier hat gestern irgendwie noch einer diese Demo angemeldet, dem erzählen wir das mal. Und der war also, Das war der echte. Das war dann, also das war kein Monarcho-Hedonist und der war aber dann sehr überzeugt davon, dass da ja so sehr gut, die sehr gut aufgestellte Initiative pro Guttenberg ist und hat dann seine Anmeldung zurückgezogen und sich dieser Anmeldung angeschlossen. In diesem Moment war also die Monarcho-Hedonistische Front als Initiative pro Guttenberg Anmelder der Demo und war keine Gegendemo mehr. Das war das Wichtige. Nun musste dieser Anmelder natürlich entsprechend auch aussehen, damit nicht auffällt, was er da im Schilde führt. Nun hat die Polizei die Aufgabe, sie schützt die Versammlung und entfernt Gegendemonstranten. Das kennt man ja von Nazi-Aufmärschen. Und dieser Anmelder dort, Alexander Müller war sein Name, hatte eben das Hausrecht und konnte genau das verhindern. Die nächste Frage vor dieser Demonstration war natürlich, wie viele kommen da jetzt? Kommen jetzt 10, 100, 1000, 10.000? Es war ja unklar. Hier mal ein paar Bilder von dieser Demonstration. Am Ende waren es ungefähr 150 Menschen, davon circa 20 Christdemonstranten. der Rest waren Monarcho-Hedonisten, die dann aber auch von der Polizei, wie es zu erwarten war, entfernt werden sollten. Und da kam dann eben Alexander Müller ins Spiel und sagte dann, also, ja, Herr Polizist, wieso stören Sie meine Versammlung? Und die Polizisten sagten, Herr Müller, die wollen Sie verarschen. Das ist nicht ernst gemeint. Da steht Guttenberg soll Kaiser werden und Alexander Müller, ganz demokrat, antwortet, Herr Kommissar, ich kann den Leuten zwar vorschreiben, wofür sie demonstrieren sollen, aber nicht wie. Polizisten wieder, ja, aber schauen Sie, das sind doch alles Linke. Und Alexander Müller dann wieder, nein, hier gibt es kein rechts, kein links, wir sind ein breites Bündnis. Kleiner Schönheitsfehler bei dieser Aktion war natürlich, dass alle diese Plakate die gleiche Handschrift tragen. Das muss man sich fürs nächste Mal merken. Aber wenn man genug Schilder hat, und das war ja genau diese Sache, die kann man dann auch gut anderen Leuten in die Hand drücken und die freuen sich dann auch richtig. Besonders schön war dann die junge Union Wuhletal, die sich zwei Tage später von diesem Transparent offiziell distanzierte. Und aber nicht in der Lage war, das so zu machen, dass man irgendwie, also Sie haben sich quasi offen dann von Guttenberg distanziert und das war ja dann auch schon mal was. Manchmal war dann auch der Unterschied zwischen Satirikern und echten Demonstranten sehr schwer noch auszumachen. Also... Stopp, also auf der Rückseite dieses Aufstand gegen die Meinungsmacher steht, Köpfe ab bei ARD und ZDF. Und der war glaube ich echt, der Typ, oder? Alexander Müller, der Anmelder, hat dann natürlich auch noch Medieninterviews gegeben, in denen er das Narrativ der Guttenberg-Anhänger so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Davon zeigen wir noch einen kleinen Ausschnitt. Läuft, ähm... Ist jetzt diese Demonstration auch ein Aufstand sozusagen gegen die deutsche Medienkultur? Selbstverständlich. Also die deutsche Mediennacht muss gebrochen werden. Es kann so nicht weitergehen, dass die linke Presse einfach Politiker absägt. Nach, wie sie wollen, da Fatz und Welt, das fand ich unsäglich, diese linken Schmierblätter, die diesen netten Politiker einfach abgesägt haben. Der war total nett. Er hatte Nettigkeit auch was. Und kompetent war der nämlich auch. Okay, genau, das wollte ich gerade sagen. Also seine Kompetenz, die kann man ihm auch nicht aussprechen, auch wenn er das nicht aussprechen kann. Er hat das ja auch gut gemacht mit dem Abschreiben. Das haben wir jahrelang, hat das ja niemand gemerkt. Allein deswegen, alle herrlichen Kompetenzen. Ja, wir haben das gerade schon gezeigt. Wir haben eine freundliche Leihgabe der modernen archivialistischen Front hier dabei. Und zwar, das war also noch so ein besonderes Transparent. Für diejenigen, die es nicht erkennen, das ist die ACDC-Schrift, die ja im Bereich Guttenberg eine ganz besondere Bewandtnis hat. Und daran sieht man, dass die monarchivialistische Front eben auch für 1.000 oder 10.000 Leute vorbereitet war, weil dieses Ding hat ein relativ großes Format. Und wären da jetzt mehr Menschen gekommen, hätte man sich also unter diese Demonstrationen mischen können. Dann wäre es zwar eine große Demo gewesen, aber es hätte kein Foto ohne irgendeinen Idioten-Slogan gegeben. Wunderschön auch dieser Rechtschreibfehler da drin. Der Gebildete erkennt ihn sofort und die Ungebildeten machen ihn demnächst bei ihren Demonstrationen. Es hat nur einen rudimentären Themenbezug und ist irgendwie so recht dreckig, schmierig. Da will man irgendwie nicht drunter stehen, aber kann man sich eben auch nicht gegen wehren, wenn es vom Anmelder der Demo ist. Die Größe wirkt. Die Demonstration hatte auch ihren Erfolg. Titelseite der Frankfurter Rundschau. Ja, aber man kann Politiker natürlich noch viel, viel direkter hacken. Das nächste Beispiel ist eine wunderbare Kombination aus Leaking. Und zwar, man kann natürlich echte Leaks auch für politische Hacks nutzen, aber man kann auch falsche nutzen. Und das ist natürlich auch eine Methode des Politik-Hackens. Im nächsten Fall geht es um Leaken wie auch um einen Reverse-Honeypot. Und zwar eine unwiderstehliche Falle, die da gestellt wurde. Die Sache ist nicht ganz einfach, deswegen haben wir das jetzt mit Schaubildern gemacht. Es geht um einen fingierten Briefwechsel in Österreich. Und zwar dreht sich es eigentlich darum, also diese Briefe, die jetzt, die sind nie so geschrieben worden. Ein SPÖ-Abgeordneter irakischer Herkunft hätte gefordert beim Alpenverein, dass alle Gipfelkreuze durch Halbmonde ersetzt werden, um das Religionsgefühl der muslimischen Mitbürger nicht zu verletzen. Daraufhin schreibt der Alpenverein, natürlich ist das nie passiert, schreibt, ja, machen wir bei einem Gipfel und wir machen jetzt auch eine muslimische Sparte auf im Alpenverein. Und diesen Antwortbrief hat eine Künstlergruppe, also diesen Antwortbrief, den hat eine Künstlergruppe geschrieben und dann an die gesamten Rechtspopulisten und ihre Medien versandt. Und zwar als, äh, mit diesem Anschreiben, ein echter Österreicher, der anonym bleiben muss und haben diesen, also die haben das im Juni 2006, äh, dieses gefälschte Leak eben versandt und sich dann zurückgelehnt und gewartet. Und, ähm, das Schöne ist dann, die dachten schon, die Leute dachten schon, da passiert nichts mehr, als im September 2006 auf einmal der BZÖ, also BZÖ ist so der FPÖ-Abspaltung, der Spitzenkandidat Westenthaler bei der Nationalratswahn den Leak triumphierend im TV-Duell aus der Tasche zieht. Landtagsabgeordneter SPÖ, wissen Sie, was der will? Der hat einen Brief geschrieben an den Vizepräsident des österreichischen Alpenvereins. Und der fühlt sich in seiner Religionsfreiheit beengt und fordert, dass in Österreich die Gipfelkreuze durch Halbmunde ersetzt werden. Diese Forderung kann ich nicht mehr. Und daher, Herr Ermerkamp. Das Eleganze an der Sache war natürlich, den tatsächlichen Brief gab es nie und nur diese Antwort des Alpenvereins wurde gefakt. Also man hat einfach die Authentifizierung gefakt. Und durch diese Komplexität gewinnt es und liegt natürlich auch an Glaubwürdigkeit. Das geht sicher auch mit der CDU. Es ging aber dann noch sehr viel weiter. Ja, also nach dem TV-Duell verklagen sowohl der Alpenverein wie der SPÖ-Politiker dann den Rechtsaußen-Westenthaler wegen seiner Unterstellung. Ein paar Tage später bekennt sich die Künstlergruppe darunter und sagt, sie haben das Ganze unter dem Motto How low can you go? Sie wollten also testen, wie weit populistische Politiker gehen. Also die bekennen sich und Westenthaler verliert 2008 den Prozess und kündigt dann aber noch eine Berufung an. Also warum er das macht, weiß ich nicht. Und ein paar Scherzbolle stellen auf dem Allerkogel dann auch wirklich ein Halbgrund auf. Was bei Politikern geht, geht auch bei Parteien. Genau, zurück zu unserem kleinen Schaubild. Kann man also genauso gut direkt mit Parteien versuchen. Parteien, ja, Einfluss auf die Regierung, Einfluss aufs Parlament und hatten wir ja alles schon. Wir erinnern uns an den Berliner Wahlkampf und die Phase danach. Diese ganze Zeit strotzte vor Politik-Hacks und da haben wir auch noch einige Beispiele für euch mit dabei. Und hier haben wir einen Hack mitgebracht, der gleichzeitig eine Partei und die Medien so ein bisschen gehackt hat. Und zwar weiß ja jeder, es gibt diesen 18 Uhr Moment, die Wahllokale schließen, es gibt die ersten Hochrechnungen und dann schalten die vom Fernsehen immer zu den Wahlkampfpartys und zeigen die Reaktionen der Menschen bei der Bekanntgabe des Ergebnisses. In diesem Fall der FDP, die locker 2% nicht geschafft hat. Nils Schneider, wie ist die Stimmung dort bei der FDP? Ja, die FDP-Mitglieder, die hier stehen, sind natürlich geschockt. Im Moment der Prognose war es totenstill. Ein tiefer Seufzer ging dann hier durch die Menge und dann hat es lange gedauert, einige Sekunden, bis so langsam wieder leise Gespräche. Auch die Themen Wirtschaft und Schule, Bildung, was die FDP sonst noch angesprochen hat, hat anscheinend die Bilder nicht erreicht. Ah, stopp! Es ist so, dass sich bei diesem Hack sich sehr schnell die Partei, die Partei dafür bekannt hat. Eigentlich hatten Leute auch vor, das Ganze so stehen zu lassen und es ist vielleicht auch eine Sache, Sachen erst mal stehen lassen und für Verwirrung zu sorgen, ist besser, denn eigentlich war es geplant, falsche Interviews zu geben. Also nicht auflösen ist oft stärker und sorgt für mehr Verwirrung, Chaos und Interpretationsspielräume. FDP ist gerne Ziel, das war auch die Titanic, hat mal einen Wahlkampf für die einfach gemacht, einfach Wahlkampfstände in deren Look and Feel. Es sind also viele Spielarten möglich, Parteien zu hacken. Ja, dann haben wir auch aus der Berliner Zeit das Bündnis 100, schöne Website unter Bündnis 100, zu sehen. Und zwar hatten die Grünen sich ja sehr klar gegen den Ausbau der Autobahn A100 in Berlin gewandt und wollten aber dann natürlich mit der SPD koalieren, die genau das gerne machen wollte. Und da war also jetzt die Grüne gespalten und hatte irgendwie zum Parteitag der Grünen tauchte auf einmal diese Webseite auf, auf der dann so schöne Slogans standen wie, heute stellen wir die Ampeln auf Grün, Verkehr wird jetzt grün, A100 wird gebaut. Also quasi vom Atomausstieg selber machen zum Autoeinstieg selber machen mit entsprechendem Sponsoring auf der Webseite. Countdown zum Baustart und solche Sachen. Was bei diesem Hack so ein bisschen das Schöne war, der hat als Satire-Seite gar nicht so großartig gezündet, sondern der zielte viel mehr in die Partei hinein. Ja, man wusste also, die Partei sieht das sofort als Lauffeuer und sieht quasi, was ihnen da ins Haus steht, wenn sie sich da tatsächlich von ihren Idealen entfernen. Ja, das nächste, das ist jetzt eine Aktion, da wollen Leute die FDP übernehmen, das wurde aber 1990, also wir glauben da nicht so ran, dass man Parteien wirklich übernehmen kann, zumal du wirklich viele Leute dafür brauchst. Wurde 1999 schon probiert von Studentenbewegung, am Schluss bleiben dann 500 zahlende Mitglieder übrig, also ist eigentlich nicht das, was man will und man braucht, um Parteien zu übernehmen, eigentlich eine Kaderorganisation. Das einzig erfolgreiche Beispiel der letzten Jahre ist die Organisation Linksruck, die sich bei der Linkspartei ganz gut mit ihrer Entrismus-Strategie installiert hat, zumindest in manchen Positionen. Nach den Parteien kommen wir jetzt zu den Medien. Ja, Medien haben zwei Ziele, also Medienpublikationen, sie wollen einerseits natürlich irgendwie Politik und Gesellschaft beeinflussen, andererseits müssen sie aber auch Geld machen. Und dadurch kommen sie in so kleine Schwierigkeiten und es wird einer ehemaligen Hamburger Redaktion, die jetzt glaube ich auch in Berlin residiert, nachgesagt, sie würde nach dem Motto Titten, Tiere, Tränen, Tote agieren. Und für den politischen Hacker scheiden natürlich Tiere, Tränen und Tote sofort aus. Nacktheit hingegen funktioniert immer. Und mit der Nacktheit sehr virtuos spielt die Gruppe Femen, das ist eine ukrainische, feministische Gruppe und sie nutzt eben das schier unendliche Interesse der Medien an nackter Haut, um dann die Medien als Vehikel zu nutzen, um politischen Protest zu platzieren, gegen Atomkraft, gegen Diktatoren, für Frauenrechte, mit immer recht spektakulären Aktionen, die es dann auch sogar in die Bild-Zeitung schaffen, mit der politischen Message. Also das ist schon nicht schlecht. Es gibt Kritik daran, dass sie natürlich die sexistische Klischees bedienen. Ich glaube, Nacktheit funktioniert immer, wie in Berlin zum Beispiel die nackten Wohnungsbesichtigungs-Rallys gezeigt haben, wo eben einfach nackte Tanzen gehen in Wohnungen. Alle Wohnungen oberhalb der 10 Euro pro Quadratmeter, glaube ich. Das Nacktheitsprinzip funktioniert wirklich seit ewigen Zeiten und es nutzt sich nicht ab und wenn man keine andere Lösung weiß, kann man immer nackt protestieren, weil man dadurch eben, was machen kann, eine sehr schöne Sache von 2007, waren Sharpings Töchter, die natürlich nicht seine Töchter waren, die bei dem Zapfenstreich nackt auf einmal auftauchten und sich davor aber in einer Limousine als Sharpings Töchter eingeschlichen hatten. Die wirklichen Töchter von Sharping haben nicht am Gelöbnis teilgenommen. Kommen wir noch mal zu einem weiteren medialen Effekt, den man nutzen kann. Oder nee, eigentlich ist, hier gegenüber der Mediamarkt, als der eröffnet wurde, im Alexa gab es ja einen großen Krawall. Da waren viele Menschen und darunter hatten sich auch circa 200 Aktivisten der hedonistischen Internationale gemischt, die dieses Event so ein bisschen zur Eskalation geführt haben und riefen irgendwie 1, 2, 3, gebt die iPods frei, Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch jetzt zum Plündern ein und diese Eröffnung wurde dann irgendwann von der Polizei irgendwie unter Kontrolle gebracht und beendet. Und das war also dieser Versuch, diese Aktion, diese mediale Aktion der Eröffnung so ein bisschen ins Lächerliche, ins Chaos zu ziehen, der Lächerlichkeit preiszugeben. Problem, Mediamarkt bekommt seine Aufmerksamkeit. Zwei Jahre später macht er, mache ich, ich lasse nicht, darf ich noch den Satz sagen? Zwei Jahre später macht ein Saturn hier am Alexanderplatz auf. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Medienhack davon. Der Saturn wird die gleiche Mediennummer durchziehen, nachts Sonderangebote, Leute, die sich um Schnäppchen prügeln und so und Aktivisten des Zentralrats der umherschweifenden Hedonisten kündigen per Pressemitteilung an, dass sie definitiv nicht kommen und nicht definitiv nicht mit 300 bis 400 Leuten kommen. Die Methode ist die Wiederholung und mit dem Drohpotenzial von der vorherigen Aktion zu arbeiten. Das ist ein Prinzip, das macht Anonymous auch, das ist ein sehr effektives Prinzip und was dann passierte ist eben das hier. Kein Ton. Das war doch der davor, der Ton ist irgendwie weg. Also was man da sieht, ist ein Pressebericht des RBB am Abend zuvor, die also erst mit den Bildern von der Mediamarkteröffnung Panik schaffen. Die Aktivisten betreuen per Pressemitteilung. Wir werden definitiv nicht mit 300 bis 400 Leuten zu dieser Veranstaltung kommen, sondern etwa mit noch mehr. Klingt spannend. Aber die Hedonisten versuchen zu beruhigen. Mit besten Grüßen heißt es weiter. Von uns ist nichts zu befürchten. Wir wünschen den Leuten viel Spaß in der Schlange und beim Prügeln um die Sonderangebote. Und ich habe mir dann erzählen lassen, dass die Leute haben per Webcam dann geschaut, was vor diesem Saturn passiert ist und da ist immer mehr Polizei aufgefahren. Also man kann da die Kosten in die Höhe treiben. Der war aber keine Saune. Da kam keiner hin. Ein weiterer Hack, der sich wirklich... Achso, das ist dein Part. Ja, also ein letzter Hack, der dann ganz gezielt nur auf Medien abgesetzt hat. Also auch hier wieder mal wirklich das Medium auch nicht als Vehikel nutzen, sondern als Opfer. Das war das Kommando Tito von Hardenberg. Das hat der Sendung Polylux einen falschen Protagonisten untergeschoben. Das war der Tim. Der Tim, der wog 170 Kilo und machte eine Speed-Diät. Also mit Amphetaminen, die ja bekanntlich den Appetit zügeln und das war also sein gewünschter Effekt. Er wollte weniger essen und das klappte auch ganz gut. Er hatte schon 20 Kilo abgenommen, aber war immer ein bisschen nervös und deswegen musste er am Tag nochmal so fünf Joints rauchen. Und diese Folge lief dann auf Polylux unter ja Volksdroge Speed und Leistungsgesellschaft und hier und Abnehmen und Studenten. Als die Sendung dann gesendet wurde, hat sich das Kommando Tito von Hardenberg dazu bekannt, die miesen Recherchemethoden kritisiert und aufgezeigt. Ich glaube, sie haben dann auch noch irgendwie die Praktikantenausbeute bei Polylux angekreidet und forderten ein 13. Monatsgehalt für die Schiffsabwracke-Industrie in Bangladesch. Das Schönste an diesem Bekennervideo war, dass die Welt in einem Kommentar sagte, man kann sich doch nicht diese Ästhetik des islamistischen Bekennervideos bedienen, das sei doch der große Skandal daran. Also man kann auch das auf verschiedenen Ebenen spielen. Kommen wir zum nochmal zum wiederholenden und theoretischen Teil. Also es geht bei Also was uns jetzt wichtig ist, jetzt wollen wir eigentlich so den klassischen Hacker, also dem Hacktivist oder wer auch immer sich irgendwie oder vielleicht dem angehenden Medien-Guerriero so ein bisschen paar Methoden, die wir jetzt so gezeigt haben, mit auf den Weg geben und hoffen, dass da vielleicht das Publikum ein bisschen was von lernt. Ja, also wirklich wichtig ist das hineinversetzen in den Gegner, sich das auch mal anschauen. Also wenn ich diese Kommunikation hacken will, wie reden die, was machen die, also nicht einfach drauf loszwittern, sondern die Sprache lernen und dieses System kennenlernen und den Gegner kennenlernen. So, die Gruppierungen, die das jetzt alles gemacht haben, was wir gezeigt haben, hatten eigentlich meistens keinen Kopf, keine klassische Organisation, haben also dezentral geclustert, ähnlich Anonymous, ähnlich Telekomics. Ja, essentiell beim Politik-Hacken ist das konspirative Vorgehen, also nicht öffentlich planen, nicht zu viel rauslassen, man kann schon Effekte später nutzen auch mit anderen Leuten zusammen, aber eigentlich muss das immer, muss man dem Gegner einen Schritt voraus sein und eben das Geheim machen. Man arbeitet viel mit der Überraschung und man möchte gerne vorbereitet sein, man muss seinen Zeitpunkt abwarten und man muss einen Plan B und einen Plan C haben und man hat immer einen Tag Zeit, bevor die Reaktion kommt und es bietet sich also an, die Vorbereitung vielleicht auch etwas länger schon zu planen. Also wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, dass sicherlich der eine oder andere hier vielleicht heute noch eine Webseite hackt, dann kann man sich eben überlegen, ob es der maximale Effekt damit getan ist, dass man drauf schreibt, ja Hacksort bei Frequenz oder ob man vielleicht überlegt, ob man da noch irgendwie vielleicht ein bisschen länger mitspielen kann. Ehrlich, wenn man so eine Seite wie News of the World vielleicht in seiner Hand hat, ob man das sofort in einem Feuerwerk niederbrennt oder ob man nicht vielleicht so ein ganzes schönes längeres Feuerwerk und dann irgendwann die Überraschung. Ja, und was auch schön wäre, ist, wenn viele Leute mitspielen, also es gibt so tendenziell immer so Leute, die wollen das alles enttarnen und die sagen, oh der HP Friedrich, der ist nicht echt und die rufen dann an beim Bundespresseamt und so, das ist immer scheiße, sondern sich lieber gegenseitig unterstützen und wenn ich einen Hack durchschaut habe, was ja auch passieren kann, dann lieber mitspielen. Genau, Guerilla ist konventionell militärisch, infrastrukturell und finanziell unterlegen. Das hielt nicht darauf ab, das Gelände zu halten, sondern nutzt einfach Schwachstellen, will Verwirrung und Unsicherheit sehen und sich irgendwie Unterstützung sichern und die Unterstützung sollte geboten werden. Den konventionellen Hack sollte man also unter politischen Gesichtspunkten sehen, ein bisschen strategischer denken. Fame gibt es später und der wird auch nur größer. Also so spät wie möglich auffliegen lassen, auf keinen Fall selbst bekennen. Am Anfang zumindest, also nicht gleich das Logo reinhalten, sondern das Ding entfalten lassen, dann macht es besonders Spaß. Und auf Vorrat arbeiten, vielen Dank. Applaus 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 Politik Hecken von Alexander Müller und Montserrat Graupenschläger. Wie bereits angekündigt, gibt es jetzt ein Q&A, noch einige Minuten. Ich würde auch alle bitten, bis zum Ende des Q&A, wenn möglich, im Saal zu bleiben, damit nicht zu viel Unruhe entsteht. Wir haben auch einen Signal Angel hier, der Fragen über das IRC entgegennimmt. Ich bitte alle, die Fragen haben, sich zu den Mikrofonen in den Gängen zu stellen, dort anzustellen. Wir haben schon eine Frage hier, bitte. Hey, hallo. Ich mag noch gerne auf einen Punkt aufmerksam machen, der auch zumindest in Österreich gern benutzt wurde, um politischen Hektivismus zu betreiben. Und das sind Preisverleihungen. Und zwar gab es im, als die Proteste gegen G20 in Bologna waren, gab es eine Theatergruppe, eine österreichische, die dort irgendwie ins Gefängnis geraten ist. Und die Außenministerin hat sich dann sehr dafür engagiert, dass die Freikommer mit dem Argument, das sind eh die üblichen Störenfriede und die wollen wir dann, das ist schon richtig, wenn die da eingesperrt sind. Und ein paar Jahre später, als Bundespräsident-Kandidatin ist sie angetreten und dann haben die einen Wettbewerb ausgeschrieben für einen Wahlslogan. Und die haben den halt dann mit Slogans bombardiert, diesen Wettbewerb, diese Theatergruppe und haben dann gewonnen mit dem schönen Slogan eine Kandidatin mit Herz. Und durften dann dort offiziell zur Preisverleihung auftreten und ihre Statements dort auf der Bühne abgeben. Wir haben unlängst was Ähnliches getan. Und zwar hat sich der Telekom-Chef, der Hannes Amitsreiter, der Chef der österreichischen Telekom, im Frühling dieses Jahres ganz eindeutig gegen Netzneutralität ausgesprochen und im Sommer haben sie dann beschlossen, sie machen jetzt, weil sie so toll sind, einen Award, den sie den Open Society Award nennen, wo sich Webseiten und Initiativen und sowas melden können. Und wir haben dann demonstrativ die Initiative für Netzfreiheit eingereicht und waren dort mittelmäßig erfolgreich, aber wir haben das Thema dort platziert, wo es eigentlich aufgebracht wurde. Und ich glaube, das ist auch eine Art des Protests, den man da gut anwenden kann, wenn man das gut tun wollen, der politischen Akteure oder der Akteure, der irgendwie ausnutzt, um seine Message rüberzubringen. Ja, ich glaube, es gibt total viele Möglichkeiten auch noch. Also man kann auch Speaker platzieren als falsche Organisation. Also ich glaube, da lasst ihr eurer Kreativität freien Lauf und es gibt wirklich schöne Möglichkeiten und es macht auch unglaublich Spaß, habe ich mir sagen lassen. Wir haben eine weitere Frage da drüben, bitte. Gute Perspektive, Herr Geschenk. Aber hast du nicht gesprochen über Export? Export? Export. Export ist das Industrie, dann bildet Maschine. und Verkauf im Ausland. Aber dieses Bild von der Außenpolitik. Wir werden gerade gehackt. Ich glaube, ja. Politik von... Was ist deine Frage? Könntest du eine Frage formulieren? Meine Frage ist, was ist der... In dein Bild? Was ist die Industrie von Produktion? Ja, wir wurden, glaube ich, gerade gehackt. Das ist jetzt vielleicht einer der Partymacher von gestern. Wir haben eine Frage über IRC, bitte. Wir haben genau genommen drei Fragen. Das eine ist nochmal die Bitte, dass ihr kurz nochmal anreißen könnt, was bei der Alpenvereinaktion überhaupt noch echt war. Das war so ein bisschen verschwommen. Also beim Alpenverein echt war der Typ, der gehackt wurde. Und die Anklage gegen den Westentaler von der BZ Höhe. Ansonsten war alles frei erfunden. Dann war noch eine weitere Frage. Hatten diese Aktionen schon mal irgendwelche weiteren Reaktionen? Also gab es da mal Geldstrafen? Wurden irgendwelche Leute wirklich mal strafrechtlich belangt? Also bei Alexander Müller gab es dann... Also intern wurde überlegt, ob man dem irgendwie beikommen könnte. Und wir haben dann aus dem Tätigkeitsbericht der Polizei erfahren, dass sie sich dann erst noch erklären lassen mussten, von irgendwie so und so, Herrn Trolle, von irgendwie Stab 6 des Polizeipräsidenten, dass sowas vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Generell zur Recht... Also ich glaube, es ist wichtig, es gibt Gegner, die greifen einen dann nicht mehr an. Also wenn ich mir die Deutsche Bank nehme und über Nahrungsmittelspekulationen was machen, dann drohen die vielleicht mit einem Prozess und am Schluss fliegt ihnen das so auf die Füße, dass sie keinen Prozess mehr machen. Generell aufpassen sollte man mit Hoheitszeichen und irgendwie offiziellen Wappen von Städten, Polizeien etc. Da kann es schnell dann was geben, wenn man erwischt wird. Ansonsten hängt viel von dem, wirklich von den Gegnern ab, den man hat, ob die klagefreudig sind und bei der Klage ihnen dann nicht die öffentliche Meinung auf die Füße fällt. Also tendenziell ist es nicht so gefährlich, würde ich sagen. Also wer als Polizei irgendwas schreibt, der sollte sich natürlich schon irgendwie dabei auf ein paar Sicherheitsmaßnahmen verlassen. Eine ganz kurze Frage vielleicht noch, geht sich aus. Ja, ich wollte nochmal anmerken, weil ihr gesagt habt, man braucht auch einen Plan B. Da ist in Hamburg was Schönes passiert. Eine damals noch sehr kleine Partei wollte eine alberne Anzeige stellen in der Zeitung, um den Spitzenkandidaten der größten Partei zu veralbern. Die wurde von der Zeitung abgelehnt mit dem Argument, das verletze seine Persönlichkeitsrechte und so weiter. Die Partei hat sich dann auf eine sehr harmlose Anzeige zurückgezogen. Hauptsache die URL steht ganz fett in der Zeitung und hat dann an dem Tag einfach auf ihrer Homepage die alberne Anzeige hochgestellt mit, guck mal, das wollten die nicht drucken und was geht denn hier bitte. Und das war ein schöner Plan B an der Stelle. Also wirklich auch immer denken bei so Hacks, dass ich, das kann immer was schief gehen und es ist gut, wenn man noch irgendeinen zweiten Ding, den man aus der Tasche ziehen kann und spielen kann. Also weil es geht immer mal wieder was auch schief. Vielen Dank, bitte nochmal einen großen Applaus für die Speaker. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.